Darnbull, die neue Innovation am Schlafsackmarkt. Darnbull vereint die guten Eigenschaften von Daune und Wolle. Unsere hochwertige Daune speichert viel Luft und isoliert dadurch sehr gut. Wolle wirkt wie eine natürliche Klimaanlage. Sie gleicht Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aus. Dadurch kann man besser schlafen und wer gut schläft, wacht fitter auf. Mit dem einzigartigen Materialmix von Darnbull erreichen wir hervorragende Isolation bei bestem Schlafklima. Wolle nimmt zur Klimaregulierung Feuchtigkeit auf und kann sie auch wieder abgeben. Dadurch wird die Temperatur im Schlafsack geregelt. Wir lassen den Außenstoff atmen. Durch eine schonende Kalendrierung, das bedeutet, dass der Stoff durch erwärmte Rollen läuft, verkleinern sich die Poren nur und verschließen sich nicht. Dadurch wird der Stoff stabil, leicht, wasserabweisend, hochatmungsaktiv sowie daunendicht. Zum zusätzlichen Schutz des Gewebes verwenden wir eine dauerhafte, PFC-freie Imprägnierung aus Deutschland, die den Schlafsack schmutz- und wasserabweisend macht. Innenmaterial, hochwertiges atmungsaktives und hautsympathisches Nylon. Durch das feine, hautsympathische Material kann man sich leichter im Schlafsack bewegen. Durch den geschwungenen Zwei-Wege-Reißverschluss steigt man leichter in den Schlafsack ein und die Belüftung funktioniert auch besser. Wird es zu warm im Schlafsack, zieht die Wärme bei geöffnetem Fußbereich gut nach oben ab. Außerdem kann man die Füße bequem aus dem Schlafsack stecken, ohne dass sie im Schmutz liegen. Der Reißverschluss ist mit einer dicken Abdeckleiste geschützt, damit keine Wärme entweichen kann. Das Zipper-Rückhalteband verhindert das Einklemmen des Reißverschlusses. Der Fußsack ist für eine bessere Fußfreiheit vorgeformt und rundherum geschlossen, um Kältebrücken zu vermeiden. Ein leicht zu schließender Wärmekragen, damit die Wärme im Schlafsack bleibt. Sehr praktisch ist auch die kleine Einschubtasche für die Zugbänder, damit diese nicht stören. Im Kopfbereich ist ein Kopfkissen-Einschubfach. Hier wird einfach zum Beispiel eine Fließjacke eingeschoben und schon hat man ein bequemes und unverrutschbares Kopfkissen. Am Kragen befindet sich noch Allwärmewulst. Der schützt vor Kälte und hilft beim Anpassen der Kapuze an die Kopfform. Die elastischen Einhandschnürzüge erleichtern das Anpassen der Kapuze und man fühlt sich trotzdem nicht eingeengt. Am Schlafsack befinden sich Innen- und Außentaschen. Im Innern des Schlafsacks befinden sich Befestigungsschlaufen für einen zusätzlichen Isolationshüftsack, der als extra Zubehör erhältlich ist. Der Kompressionssack für den Transport hat ein Doppelkreuz gegen das Ausreißen beim Komprimieren. Ein Aufbewahrungssack sorgt für die lockere Lagerung zu Hause und ein langes Schlafsackleben. Grüezi-Bäck. Mehrfach wenn jetzt. Grüezi.